Oh, ich liebe Komatra einfach, der ist einer der cooleren Alter, auch wenn der so ein Nerd ist und nicht cool sein kann, ist er einer der cooleren Ich bin verdammt cool Ah, cringe, ich nehm alles zurück, Digga Okay, Jungs, wir klären das Es ist irgendwie sau warm Wall, wall, wall Wie war jemand? Biceps Das schießt, wenn er was sieht, kann man chillen Oh, ich mach gewollt, ich, I don't like this wall, bro Die sind, Erbo, Erbo One Erbo Oh, ist einer meins Wer ist Erbo gegangen? Witzig Es ist 94 auf Orman, wer ist one hit Wer ist da on site? Inbox Last Erbo Nice Job, Jungs Ich glaube, es ist nur so irgendwo auf Twitter random gesehen Gibt es die nur noch zwei Wochen? So Mauer errichtet Der ist dein, der ist dein, der ist dein, Bro, die haben Ico Johannes, so Es sind nur noch zwei Ich hatte nur eine Pistole, wieder nichts, weil ich dumm bin Die haben keine Waffe geflogen Ah Die haben auch nur Pistols So Und wir haben alle TP's, pass auf Okay Der Brüm kann schon Lams sein Der Brüm kann schon durch Lams sein Ich krieg auch Teleporter, sonst bin ich dead Ein Gegner übrig Brüm war ein Lams, wieso? Äh, Beff, 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 Beff Da ist man Da spielst du jemanden, Judge oder was? Judge und Hooker trinken Nicht immer, nicht immer, nein Aber hier, Hooker mit der Wall auch noch hier zu machen wie ein Bastard Ja Die dann da durchlaufen, sie lassen uns sprayen wie ein Blöder, das, das, das schmeckt denen gar nicht Ja, Judge, Judge ist eine sehr starke Waffe Die wird auch genervt im nächsten Patch Mauer errichtet Guck so Er ist springen Hooker Und wir haben alles zugesmoket What? Also einer von den beiden ist sauer Vielleicht sogar zwei Dieses Lichtx Und Zeit auf Zeit bei der Box Ich wollte ja nicht headshot wenn ich um die Dekke laufe, aber Irgendeinen von denen habe ich durch die Wall gehatcht, also durch die Smoke gehatcht, während ich auf wen anders gesprayt habe. Ganz weit hinten war der. Sticker? Ich dachte, das ist Full A. Fehler? Ah ja, also B ist komplett hier. Ach komm, was? 100? Naja, wenn wir das so ein Kippe kommen, ich guess. Ja, der ist schon. Mit der Waffe auf die Distanz ist halt gar nichts richtig passend. Geil abfanken, der hat nur eine Stärkung gehabt. Oh mein Gott. Das ist jetzt nicht passiert, oder? Doch. Er hat die Molly in den Teleporter geworfen. Und Reapers ist dann hinterher in den Teleporter gegangen. Ich wollte ihn schon dafür flamen, wie schlecht er seinen Nolly wirft, dass er einfach in den Teleporter reingeht. Dann springst du da einfach rein. Ich habe es aber nicht gesehen, dass er das macht hat. Und schaust. 86, nirgends. Das waren sie wirklich. Noch 10 Sekunden. Der kann nicht, der kann nicht planten. So viel, so viel, so viel Seuche einfach. Eklass. Das hast du overpowered, Mann. Einfach? Einfach die Molly kostet halt nur 100. Das ist, äh... Ich strahle heller als all ihre Radiance zusammen. Reapers, du gehst da jetzt richtig aggressiv vor und piekst. Ich geh hinterher und arrive dich dann. Klingt nach einem Plan. Lass mal alle rausgehen hier. Alle. Ja, zu dritt. Komm, wir warten kurz. Momo und Käfer. Ja, der Bruch zeigt sich immer drauf. Warte, 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 warte. 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 Eben rechts ist noch jemand. Muss gehen, muss gehen. Die hat auch beide down gesprayt, Alter. Entweder warst du in meinem Arsch, oder ich in deinem. Seh ich denn wieder nichts. Bereit fürs Höllenfeuer? Wo ist denn überall diese Ulti? Mann! Oh, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab meine Mutter, das ist ein... Du hast doch Ulti. Ja, das Bild ist halt unten. Oh no. Nee, oder hat die einfach nur verkackt, die Wall? Jetzt erleben der Verbündeter. Was macht der, Digga? Warum piekt der den? Warum piekt der nicht? Schon der Letzte. Oh. Warte. Mach es nicht mal rübs. Digga, ich töte zweimal Brimstone. Der hat gar keinen Bock mehr auf sein Leben. Bucky Lambs, Alter. Fühle ich mich jetzt wieder ein. Ganz lässig, Digga. Zack, paar Headshots drücken. Lang steht nur ab. Spike war da. Ich hab veraimt, Digga. Bin so schlecht. Aber Sage ist tot. Ist aber auch eine Scheißwaffe, Alter. Fähemt. Aber Sage ist tot. Und da war auch Bomben. Long ist noch einer. Garden ist noch einer. Ja, mit Operator. Mit Operator Garden. Pieck nicht, pieck nicht, bro. Der Wichser zielt die ganze Zeit. Lockiere die Sicht. Ist der schon On-Spot, oder ist der noch Garden? Der ist uns warm. Ist voll nah bei Rumatrang wird. Naja, war auch voll nah. Der ist ganz, ganz close, rechts um die Ecke. Haben wir die Bombe? Nee. Nee, die war Hooker. Brim hat die. Noch 30 Sekunden. Ja, die ziehen durch. Kann ich einfach nicht wiederbeleben? Ja, easy, oder? Spike platziert. Mich vor allem. Na. Das bin nicht ich. Wo bist du? Oh, im Hooker. Ich bin ein Hooker. Ich bin ein Hooker, ja. Aber irgendeine ist doch egal. Hauptsache Waffe. Das war so ein Time-Waste, Digga. Der Revive, oder was? Ja, ja, alles so. Zwei Stunden gedauert. Gern einfach drauf, Medi. Ein Gegner übrig. Komm, ich bin gerade das. Oh, du gesteig. Ja, Hooker. Nice, hol auf, hol auf jemanden. Ein bisschen Schaus. Ja nein, da hat sie weggelegt irgendwo. Ja, die Orb legt, die Orb weg vor Dingens hier. Hier, nicht der Orb. Da hat sie weggelegt. Garden. Ich bin gerade ganz schlimm. Ich sehe dich in den Händen. Ganz schlimm. Ich aim einfach einen Meter nach rechts. 110er, sage ich noch. Kannst du warten auf Dings und den Healen? Ja. Geh den, geh den. Warte auf den. Push noch nicht, Ruth. Ich will aber so gerne. Ich muss da rauspushen, Ruth. Creepers. Oh, wow. So kenne ich dich nicht, Brumatra. So kenne ich dich nicht, sorry. Nee, du bist Mute. Oh, ich liebe Brumatra einfach. Der ist einer der cooleren, Alter. Auch wenn der so ein Nerd ist und nicht cool sein kann, ist er einer der cooleren. Ich bin verdammt cool. Ah, cringe. Ich nehme alles zurück, Digga. Man kennt ihn. Du darfst niemals die selbst coolen nennen, Digga. Das mit die coolen ist einfach wieder auf null zurück. Mängst du selbst wie? Die kommen aber auch nicht A, oder? Nee, nicht einmal. Das ist irgendwie, wo das ich will jetzt... Digga, ich treffe nix. Zwei lang. Es ist steckig. Es ist so. Hooker war niemand. Ach, ich würde mit der Viper holen. Gönn dir. Sick. Ein Gegner übrig. Nice. Ja, ja, ja. Ich fangen lasst. Ansonsten. Ansonsten. Ansonsten, Ansonsten. In den Box. Cool job. Die ist so sauer auf mich. 10 Monate, vielen, vielen Dank. Hihi. Jet. Wissen Sie, was die gemacht hat? Die ist so sauer auf mich, dass die in Hooker reingesprungen ist mit einer Charge. Schon richtig getötet hat. Was denn? Sie hat nur 31 damage mit 5 Shots gemacht, Alter. Man kennt sie. Noch ein Prime wäre auch noch geil. Und die ist auch reingesprungen, einfach ins Feuer mit der Charge, Alter. Hihiiii. Urlaub immediately, please. Seifer. Klappe zu. Die kommen hier durch. Ja, klar. Das war dann eine Reaktion. Oh, oh. Bereit fürs Höllenfeuer? Oh mein Gott, sie ist dann oben drauf. Ich heule. Die Jet spielt wie so ein Sieg. Digga, scheiß drauf. Die Jet spielt so richtig, als hätt sie zu viele Montages geschaut. Dabei kann sie das Game gar nicht. Letzter Leben der Verbündeten. Ups. Stealth, oh. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Oh, Headshot. Zwei. Oh. Alter. Der hat ja einfach einen kleinen Turn-On gegeben. Für seine Speck drin. Oh ja, der war das tatsächlich. Wie findest du das? Die warten die ganze Zeit hoffnungsvoll, dass ich hier raussteppe, Alter. Ich finde, die sind so sauer auf mich, Digga. Ich liebe Phoenix und Hooker, Digga. Das ist einfach die Combo. Das fuckt so ab. Guck mal, guck mal. Molly sprayen die ganze Zeit. Vorhin Sage ihre Slow. Oh, Sage 103 und Brim 28. Digga, die haben ich zusammen. Ja, moin. Ne, es war nur Sage. Ich still don't push. Good job. Hucka, hucka, oben drin, an der Box. Ja. Zu. Gucka. One at all. Three at all. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Shad. Oh, mein Gott, das hat keiner gesehen. Ich hab's gesehen, Ray. Oh, oh. Keine Ahnung, müssen wir gleich mal gucken. Woher, da war das, der doch so hoch rennt, Alter. Man kennt ihn. Put your wall up. Please. Oh, oh. Das ist wirklich ein Short, ey. Flap Hunter. Flap Hunter. Du, Herr Rips. Hä? Weggeschaut die, den Arsch. Tschüss. Geschützt zum Stich. Fack. Der ist Operator. Ein Gegner übrig. Mitgang. Pat, die haben nicht mal geplantet. Ja. Ach, die hatten geplantet. Schön, der Huffer, also. Schön mit einer Short hier rausgepusht in die Viper Wall, Alter. Das war ein schönes Eko. Wir können unsere Besetztümer nicht behalten. Junge, der Arme, Alter. Der hat keinen Bock mehr. Komm, Schade. Nicht wieder aufstehen. Variere erschaffen. Höh. Noch einer, Schott. Noch einer, noch einer, noch einer. Ist er bei A gesichtet. Der Schott war nichts. Kann man wollen? Ein Gegner übrig. Makellos. Flash mich doch, du Hund. Was willst du? Makellos. Guck, ich bin da von der Schrein. Fäger, er full-flasht mich. Ich gucke einfach mit Odin und Spray und sehe gar nichts. Jibibibibi. Spaßig. Die sind sau auf mich. Die hassen mich alle. Loll. One comma from me in the behind. Du Mantra, ich glaube, die haben es gehört. Denkst du? Ja, ich glaube, wir wollen gehört. Alles weg hier. Das war nicht so geil, Jungs. Wir wollen einfach Bs gehen. Ja, wir wollen einfach Bs gehen. Ja, also eigentlich hätten die halt, nachdem wir die Zeit flanker holt, trafen müssen. Das ist Witz. Ja, aber die werden ja trotzdem hinter uns, weil der eine Showers war. Ja, weißt du? Gönnen hier. Sit. Oh, ey. Das ist nice. Lande nach. Spike in B. Lande nach. Die golfen. Mann. Was ist great, der Teleport-Wixer so. Habe ich dich mal gesehen. Oh mein Gott, ich bin... Fuck. Fuck. Fuck, Marshal. Ah, scheiße, bitte. Was sagt er da? Let me show you how to bust does it. Let me show you how the boss does it. Ach, the boss does it. Ja, schwierig, britischer Akzent, Alter. Mega. Oh, ich schick dich nicht, oder was? Der ist Lams, Digga, und sprayt durch Smokes und kippt mich ins Zimmer. Man kennt ihn auch, Alter. Ich bin mit Zellschall nicht so gut rein-entrain. Aber wir müssen die Abilities rausbaiten und dann auf die andere Seite gehen. Machen wir da noch. Das wird noch, aber nicht. Dann müssen wir nur die Smokes abwarten. Ach, Junge, Alter. Die haben zwei Smokes. Wenn die Smokes weggeht, kill ich ein und dann können wir vielleicht was machen. Ja, ganz sicher, Lams. Da ist noch eine Wall. Schau doch von hinten, ne? Noch 30 Sekunden. Da oben kann ich ihn schon waschen. Keine Ladung in Übersicht. Nein, Omen ist halt. Lams ist es, geht mein Roboter los. Außer die Mannin kaputt. Gefunden. Ach, ernst. Nice. Let's go. Ach, scheiß drauf, der Revisor ein bisschen lustig ist, aber... Liegt hier eine Waffe? Fuck it. Ja, hier liegen überall Waffen. Die Hose liegt so an meinen Beinen. Ich hasse es, wenn es warm ist. Lass mir, lass mir Oldpoint dann easy. Ich bin echt, dass in einem warmem Wetter zu zocken, vor allem ein Mausfett wird da noch so... ...haben diese Basketballhosen, die haben so diese kleinen Löcher, das sticht dann immer so ins Bein. So, no Wall-Hack. No Wall-Hack, Digga. Oh, mein Herz leckt mich am Arsch. Hab ich mich erschreckt. Schrocken. Albo nix. Jawohl. CT ist immer noch nix. Jetzt könnte erst was da sein. Nee, beide T-Beat, beide T-Beat. Auf und, beide T-Beat, beide T-Beat. Ein Gegner übrig. Let's go. Genau so. Ach, Digga. Sieht der meine Waffe hier? Das ist doch mein Leben gefickt, Alter. Mann. Schau nach links, schau nach links. Das war schon gut gemacht. Oh, holy shit, da schreckt der mich. Als ob der da abeimt. Manchmal muss man auch mal nach hinten lehnen, gar nix machen, weißt du? Wer nachst du da, Medi? Hab ich wie Kev. Achso. Ja, Stinger, sorry Mr. Headshot, Alter. Okay, war richtig enttäuschend. Ah, okay, wir schießen hier durch, ja. Lass dich healen, lass dich healen. Nicht schlafen. Komm, mach mal. Heal Medi. Sorry, ich bin am schlafen. So weg, that's great. Brody sprayen jeden immer da so weg. Der Leben der Verbündeten. Brody sprayen. Heavy birthday. Hey, Paul, danke für den, äh... Danke für den Prime sind 10 Monate. Ja, die Sage liebt es aber auch anders zu drücken, Alter. Man kennt sie nicht. Sie liebt es, Slams zu spielen, Bitch. Ja, die fackt ab. Die schießt auch die ganze Zeit durch Smokes und trifft alles, Alter. Ja, Mann. War man auch schon bei mir. B ist auch viel einfacher als A, eigentlich. Wir haben die drei Smoker auf A und auf B steht nur die Jet. Der CD ist einer. Amt oben. Ja, Bro. Aber das ist das Problem, dieses Rausspringen, Mann. Die schießen Smokes und töten mich die ganze Zeit damit. Die ganze Zeit, no cap. Beins, der Tag macht wirklich am wenigsten Bock in ganz Rallo. Ich schwöre. Ich finde es gar nicht so schlimmer. Normalerweise finde ich halt Sova oder sowas. Das ist nochmal viel einfacher. Ja, genau, ja, genau. Wir haben halt keinen Sova und keine Flashes. Wenn du Hooker gehst machen, die es runterspringen, was willst du da machen? Nervig. Machst du halt Sova oder so. Oder eine Race, die Backset, ne? Hätte ich nicht mehrmals. Er ist einfach ein Ninja. Eieieiei. Ein Ninja mit dem Flachspringen, Alter. Lass ihn. Lass ihn. Remember? Können wir Dings gehen? Lass wieder B gehen. Überlongen. Ich geh holten. Wir haben halt auch nichts um Hooker zu clearn, absolut gar nix. Ja Phoenix fuckt halt ab auf Hooker, weil mit Ulti kannst du da nix machen, wenn du da runterspringst bist du tot, egal wie. Oh nice. Du hast Bombe, Midi? Ja, ja, ja. Oh mein Haus war bloß. Ganz weg. Ist die tamed? Und blind. Die tamed ist nett. Long ne? Long, long, long. Man, ich flash ihm ins Gesicht! 40. Das war's. Ega, Alter, Junge, Junge. Meine Flash ist wirklich an seinem Hinterkopf geplatzt, Alter. Rebar ist kein Hinterkopf-Flashes. Wenn ich mir den Orb in A hole, dann kann ich reviven. Oder ich kill einfach wen mit attacken. Ja, kill mich mit jemandem. Easy claps, Alter. Junge, braucht dich. Du bist Battlesage. Das scheiß Ormen, ne? Was für'n Rescue. Ja, sie können immer alle. Das ist halt die Bombe. Ich hab' ne Waffe. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Alle on-spot, alle on-spot, alle on-spot. Mann, mach doch die Wall runter früher. Ich hätt's callen müssen. Wieso call ich das? Du wärst doch zumalten können früher, Motherfucker. Nee, wenn der die Wall früher runter gemacht hätte, hätt' ich die alle getötet. Was? Wenn er das macht, ist der King. Load bitte einfach. Mach das, Dagger. Der ist ein guter Mann. Bomb ist halt Arschbritze. Ich habe den Spike. Noch 30 Sekunden. Ah, der ist nicht da gewesen. Schillig. Das ist noch die Frage, ob wir diesmal seinen Ninja eben rausholen können. Uuuuh! Ja, Kanna! Kanna, GG's. Mein Stuhl war doch gefixt. اذ Afghan Year! Ja, beh, ich freue mich bei den injections. Ich liebe Peter, ich liebe Peter Jäbel, wir battleen. Ooh, 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 muh. Geez. 유로 Nähe. Herr und seine Frau. Wir sophomors und Asitaёмrul念.